Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute werden wir uns geisteskrank das Hirn rausschlagen bei dem Game Brawlhalla. Für jeden, der es nicht kennt, das ist eine Art Super Smash Brothers für die PS4. Ist auch eSport ready. Liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Guck mal, der Sascha, das erste, was der macht, ist zuschlagen. Das ist voll der Agro-Typ. Voll der Agro-Typ. Anstatt mit mir ganz normal hier so zu chillen, bis eine Waffe kommt. Nein, wir müssen uns boxen. Oh Gott, du Bixer. Alles klar. Oh, oh, Steffen. Weg mit dir. Nein, nein. Nein! Hey! Bezieh dich doch endlich! Jetzt aber! Nein! Oh Gott! Ai, 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 ai! Nein! Ey! Was sag ich für ein Scheiß hier? Alle voll überfordert, keiner redet. Scheiße! Oh Gott! Oh Gott, Sascha! Hattest du Glück, Junge! Nein! Nein! Nein, ich hab mich selber nicht ausgeladen. Oh Gott, ich weiß nicht. Nein, Alter! Mach keinen Scheiß. Hey, Steffen! Oh, nee, das war ich hier. Das war er. Boah, ich bin so hammerhart One-Shot. Nix da, ich hier. Oh, ich war klar, dass der Sascha jetzt nur zu mir kommt, der Bixer. Ja, boah, ich hab dich, Lukas. Nee, das war's nicht. Scheiße, bei mir ist es nicht. Ich lebe noch. Ey, das kann ich nicht mehr. Nein! Ihr geht immer auf mich, weil ich keine Ahnung von dem Spieler, Walter. Du bist dazwischen gekommen, bei mir. Oh Gott, Alter. Ey, der Luca... Lass mich in Ruhe. Lass mich in... Lass mich in Ruhe. Hahaha. Ey, Sascha. Ey, kann doch nicht sein, Alter. Ja, hier, Sascha und Luca. Nein, ich bin weg. Steffen, kurz jetzt rück dich mal auf jemand anderen, Alter. Oh Gott, halt. Hahaha. Was haben wir da getan? Ernsthaft, Leute? Oh, Alter, ich bin... Ey, man musste mich anpusten und ich bin weg. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, keine Chance. Keine Chance. Hey, Sascha hat immer noch drei Leben, Leute. Geht mal auf den. Nix da. Hahaha. Der kommt zu spät hinter dir. Nein, Sascha. Nix. Du hast falsch recht. Noch ein Gebet, Luca. Ey, das gibt's nicht. Komm, wie der abhaut. Komm, wie der abhaut. Oh. Ach, komm. Ich bin so one shot. Meine Fresse. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ja. Nice. Sehr schön. Nein, der kommt wieder. Hab ihn. Hab ihn. Jetzt. Okay, jetzt ist es wieder mal ein bisschen ausgeglichen. Hier, wir sind nicht parteiisch, liebe Leute. Oh Gott. Oh, das war Michi. Das war Kollateralschaden, Alter. Ich bin doch wieder einfach irgendwie aus irgendeiner Situation. Ja, geht auf die... Kämpft doch, wo ihr Waffen habt, die Pisskippe, Alter. Du, mal weg jetzt. Alter. Wir haben beide noch zwei Leben. Guck mal, wie positiv haben die gespielt. Alter. Du bist ein Arsch. Der will mir keine Waffe geben. Der ist mein Sack, Alter. Der Sascha redet da noch nie, gell? Nein. Der ist hochkonzentriert. Ach, leck mich doch. Leck mich, Bütch. Der Typ ist so übel, Alter. Ja, keine Chance. Oh, der war gut, der war gut. Okay, okay, okay. Einschlag. Hey, Digga. Ja. Das war zieh dich. Scheiße, der sei. Ich muss ihn jetzt ein paar Mal wirklich gut treffen, dass wir... Ich hab die falsche Waffe gegen die Sichel, Alter. Oh Gott. Nein, 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 nein Nice. Jetzt komm her, Kollege. Hey, das kann nicht wahr sein. Hier gibt nix. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, das schlägt nicht. Oh Gott. Ich hab dich. Jetzt hab ich dich. Nice. GG, Digger. Das war gut. Alter. Wie sich alle um diese Waffen schlagen. Alter. So behindert. Nein. Geschoben, Archie. Geschoben hab ich. Hey, Sascha. Ja, geht doch alle. Geht doch alle auf mich? Ja? Ja? Ist okay? Ich würde nur ne Waffe haben, bitte. Oh Gott. Nein! Nein! Dieser Move ist... Oh, danke Sascha. Danke. Geil. 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 Mit euch beiden, Alter. Ja, dann geht der auf mich. Nein. Und Sascha jetzt. Nein! Was? Wo kommt das her? Ey, zack, gezahle. Zack, gezahle ist so... One-Shot, Mann. Hey, das ist doch nicht fair. Nein. Hey, Ahileas, Alter. Was ist deine Mission? Nichts. Ich glaube, ich hab mein Schwert weggeschmissen. Weg. Nice. Das ging an, das Rücken. Hey, ich lande immer vor einem, wenn der grad seinen Ult drauflädt. Wollte ich mich eigentlich verarschen. Oh, Mann. Ey, Aschi. Aschi. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, ich kann nicht... Ey, wieso ich hier nicht wirklich sprung? Weg. Hey, Sascha. Du hast nur einen Dusel, Junge. Ah! Ich schwöre, ich sterbe jetzt noch. Nice. Weg mit dem. Weg mit dem! Oh, verdammt, wie viel. Bin ich. Ah ja. Das nenne ich mal eine Taktik. Und Schuss. Hey. Hauptsache Nerven, Alter. Nein! Hey, 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 hey. Der Sascha wirft von da hinten wieder nur, Alter. Jetzt aber. Leider Wutschang. Hey. Aschi ist rot as fuck. Rot as fuck, Alter. Rot as fuck warst du, wo ich dich rausgeholt habe. Das war eine Lüge. Hey. 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 Hässlicher. Oh, ihr seid so hässlich alle miteinander. Oh Gott, wer hat die Bombe dahin geholt. Oh Gott. Hey, warum? Ach komm, durch so was sterben. Nein, nein, komm. Ich bin Idiot. Hey, Sascha. Können wir nicht Freunde sein? 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 Bitte lass uns doch einfach Freunde sein. Nein! Da war... Nein. So dumm. Sascha, du Wutsch hat sowas von. Ui. Den. Den machen wir jetzt weg, den Kollegen. Natürlich schwitzt Sascha noch. Tschüss. Voila. So, liebe Leute. Wir werden uns schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann geisteskrank den Daumen nach oben zerstören. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.